1, 2, 1, 2, 3, 4 Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen Um Geld gib mir nur deine Hand Ich kauf dir morgen die Welt Egal wohin du willst, wir fliegen direct Hmm, non die Welt So isser, ich glaube пару Ich gucke dir nicht Oh, nein, 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 nein Ja, nein, nein, nein Baby, nein, neinir Nein, 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 langsam, max So, alle Leute, wir sind immer wieder im NPS de Vienne Und wer sieht wie schon, alle L Sale is cool aus meinem Freund weil jetzt wo別z random sind Ja, Format fuer zu schätzen Also kannst du mir erklären, warum die Leute mit denen du dîner bist, die sich alle in den Momenten befinden? Die Frage ist, ob sie ihre Faublesse und ihre Niveau médiocre sind? Ja, aber ich habe gesagt, das ist nicht weil sie sind Belge. Das ist weil sie médiocre sind. Genau, in speziell Kali. Kali? Kali? Wir haben dich auf die Barre. Wie normalerweise, Kali. Kali wird sich drauf. Aber ich denke, es wäre besser besser zu interviewen Sabine, die erste Rescapée in den Belgen. Wir suchen sie auch. Wir werden sie auch. Wir werden sie auch. Sabine, die Teil der Circus ist? Ja, das ist das. Sabine, die Teil der Circus ist, ist das? Ja, das ist das. Heureusement, ich habe keine Teil des Circus. Wir wollen wirklich te begrüßen für deine Echarpe. Die letzte Mal, dass wir jemanden haben, das war eine Kanapäe. Du bist wirklich großartig. Ich habe die Rideos in der Wohnung. Du bist wirklich super. Und ich habe gesehen, du bist eine kleine Vichy. Du bist wirklich sehr gut. Ich danke dir. Du bist wirklich sehr schön. Ich habe die Pastillons überall. Ich mache die Pub. Ich bin ein Homme Sandwich. Wir wünschen dir eine gute Chance. Das ist gut? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Wie bist du da? Wir haben die Mittel gemacht. Wir haben die Mittel gemacht. Wir werden alle die Loser filmen. Wir werden die letzten Mal filmen. Kameraman, ihr könnt ihr euch mal. Look, diese bellen Tätten der Vainkeur. Nichts zu überlegen. Nichts zu überlegen ein D2 in einem Poker. Dès qu'il faut être payé, on n'est plus là. Regarde comme ils sont jolis. Hein? Hein? Ah, des vrais gamins. Bon, bah écoutez, messieurs dames. On va essayer de trouver de nouvelles victimes à trash stocker, à salir et à copieusement trainer avec Caillou. On revient dans une minute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501